Die vorletzte Folge von The Mandalorian, Chapter 7, The Reckoning. Reden wir kurz drüber. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Ich habe mir fast keine Notizen gemacht und meine Erinnerung ist ganz schlecht an diese Folge. Ich weiß nur, dass sie besser ist als Folge 5 und 6 zusammen. Ich gebe Folge 7 8,5 von 10 Punkten, Sternen, sonst noch was. Deborah Chow ist wieder zurück, macht hier eine weitere Folge. Also ich weiß nicht, ob es wirklich an den Regisseuren liegt oder daran, dass die Regisseure einfach gute oder schlechte Folgen abgekriegt haben. Aber mir gefallen die Rick Famijuva-Folgen ja zum Beispiel gar nicht. Die Deborah Chow-Folgen sind die besten. Dave Filoni ist irgendwo dazwischen. Ich weiß nicht, ob es am Inhalt der Folgen liegt oder tatsächlich einfach an den Regisseuren selbst. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Und da muss ich einfach sagen, Deborah Chow, ich bin so froh, dass du Obi-Wan Kenobi machst, weil anders, also gib dieser Frau einen Star-Wars-Film. Da bin ich definitiv dabei, da habe ich nichts dagegen. Lass sie die erste Regisseurin für die neue Star-Wars-Trilogie 2022 sein, bitte. Ich habe nichts dagegen, fände ich toll. Fände ich sehr, sehr toll. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht groß, was der Inhalt ist. Doch, am Anfang, ja, er kriegt eine Nachricht von dem Typen, dessen Namen ich nicht mehr weiß und sagt, hey, komm zurück auf den Planeten und wir reden darüber und wir klären das alles. Und dann fliegt Mando zurück zu Kara, holt Kara, dann fliegt er zu Quill, holt Quill und IG-11, der auch noch lebt. Und hier habe ich wieder einen großen Kritikpunkt. Also, ich habe in den letzten Folgen immer gesagt, es ist schlimm, dass keine Charaktere die ganze Zeit da bleiben. Und jetzt holen sie alle drei Charaktere zurück. Einfach auf einmal, so in fünf Minuten. Und das nervt so unglaublich, weil es ist einfach so ein fucking cheap Move einfach, diese Charaktere auf einmal zurückzubringen für die letzten zwei Folgen. Damit sie am Ende, also warum, man hätte zum Beispiel Kara in Folge 6 wieder zurückholen können oder Quill in Folge 5. So, warum müssen sie auf, also warum, warum war es wichtig, dass, ich sehe nicht, warum es wichtig ist, dass der Mando zwei Folgen alleine war und diese Charaktere nichts mit ihm zu tun haben. Und dann holt er sie auf einmal zurück, weil anscheinend sind es seine besten Freunde so ungefähr. Das finde ich, äh, nein, gefällt mir nicht. Ich finde es cool, dass die Charaktere zurück sind, aber ja, okay. IG-11, ähm, Big Eye Roll, muss ich sagen, an der Stelle, als er da reingelaufen ist. Ich so, okay, er ist zurück, yay, we love him. Seriously, I don't care. Ähm, dann gab es diese coole Szene auf dem Schiff, auf der Razorcrest mit allen dreien, mit Baby Yoda, super süß. Baby Yoda macht Force Choke bei Kara, Kara so, what the fuck. Ähm, fand ich sehr süß. Baby Yoda geht richtig krass ab. Ähm, und dann gab es auch noch die, immer dieses Hin und Her zwischen Quill und Kara, das war auch noch ganz cool, war eine coole Dynamik, hat mir sehr gut gefallen, die beiden. Ähm, dumm dann eben mit dem Ende, aber da reden wir gleich drüber. Dann, ähm, gab es, dann habe ich mir Ewigkeit nichts aufgeschrieben. Das nächste, was ich mir aufgeschrieben habe, war Heilkräfte, hehe. Irgendwie, es gab irgendeine Auseinandersetzung zwischendrin mit irgendwem. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich für die Folge spricht, dass ich mich an die Folge nicht mehr erinnern kann. Aber an alle anderen Folgen wirklich schon. Also irgendwie, warte, es gab, ich weiß noch die Szene, wo die drei auf den, auf den, auf den Blurks dastanden, vor dem, hieß er Greef Karga? Greef Karga, ja. Vor Greef Karga, das weiß ich noch. Dann hat sich Greef Karga als Undercover-Spion sozusagen herausgestellt und hat die anderen Leute um ihn herum erschossen und meinte, okay. Ah, genau, dann war die Geiselname, daran erinnere ich mich noch. Dann gab es die Auseinandersetzung mit dem Client. Der Client ist gestorben. Ähm, aber dazwischen war irgendwo noch die Heilkraftszene von Baby Yoda. Und das fand ich cool, ist natürlich ein Tie-In zu Episode 9. Spoiler an der Stelle. Ähm, finde ich aber, finde ich cool, dass sie, dass sie das gemacht haben. Und hätte man, wäre es in Deutschland auch so. Also klar, Deutschland hat Mandalorian ja gar nicht. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, hatten wir natürlich nicht den Effekt, dass wir zuerst das in Mandalorian und dann in Episode 9 gesehen haben. Für uns war es eher andersherum. Ähm, zumindest für mich. Äh, es gibt bestimmt auch Leute, die haben erst Mandalorian und dann Episode 9 gesehen. Genau. Der fand ich sehr süß, Baby Yoda heilt ihn. Und dann hat er so gesehen, oh nein, das ist, das ist hier das Einzige, was ich, was ich, also ich hab gesehen, was dieses Kind gemacht hat. Ich kann, ich kann mich nicht dagegen stellen, sozusagen. Ähm, genau. Und deswegen hat er sich ja dann gegen seine Verbündeten gewandt. Da war was. Jetzt, ja, Puzzleteile kommen zusammen. Auf jeden Fall, dann gab's, äh, ist der Client erschossen worden. Moff Gideon kam mit seinem fetten TIE Fighter, der die Flügel zusammenklappen kann. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, dann standen da die ganzen Death Trooper. Wann ist das? Ja, es waren Death Trooper. Äh, sie standen da alle. Ähm, Verfolgungsjagd mit Quill und dem Baby. Es war sehr spannend. Ich hab mitgefiebert. Und dann hat man gesehen, Quill wurde erschossen, das Baby lag auf dem Boden und Ende. Ich find, das Ende kam viel zu abrupt. Also, das hätte man irgendwie ein bisschen ausbauen können. Das war so, Ende. Ähm, es hat sich nicht wie eine 40-Minuten-Folge irgendwie angefühlt oder sowas. Es war, also irgendwie, es hat sich so angefühlt, als käme da noch was. Und das ist Folge 8, weil ich spüre sehr krass, dass das hier so ein Zweiteiler ist und sie einfach halt schön genau in der Mitte geteilt haben, sozusagen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ähm, ich hab einfach immer noch den zu großen Kritikpunkt, der über dieser ganzen Staffel hängt mit Folge 2, 5 und 6. Ähm, das, das, das stellt leider alles andere in den Schatten, so ein bisschen. Äh, dass ich, dass ich, dass ich nicht so auf die richtigen, auf die schönen Sachen so achten kann, weil dieses Negative da so groß ist für mich. Ähm, aber Quill ist gestorben, das fand ich sehr schade. Aber es war einfach, es hatte so keinen Effekt. Er war, er lag einfach tot da. Ende. So, tschüss. Aus. Folge. War zu Ende. So, man, irgendwie, es war so, klar war es ein Cliffhanger und es ist sehr cool, weil es natürlich spannend ist für die nächste Folge. Und Baby Yoda wurde mitgenommen, so, what the fuck is happening, aber gleichzeitig ist es so, okay. Ja, meinetwegen halt, ne, ist so. Genau, das war meine Meinung zu Folge 7, The Reckoning. Ich schau mir jetzt Folge 8 an und tschüssi, möge die Macht mit euch sein. I have spoken. Äh, ich, na er. Oh, mein Gott. I don't know you. I give the information. And do you. Everything so, okay. But what I do, I do not know you to do.